Alter, was war hier los? Ich bin völlig fertig, ich bin völlig fertig. Ich bin sowas von im Arsch jetzt, Alter. Es gab eine Mission, eine klare Mission. Runter in den Drecksbunker. Und da wird nicht weggerannt in eine Kuppel, sonst hätte ich einen Rucksack mitgenommen. Das Licht ist an. Na, danke. Dann hin. Schnell. Schnell, kleiner, senseless. Lauf. Lauf. Wieder Wind. Jetzt wird es besser, Sveni. Yes. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Oh, ey, schon wieder 34. Willst du mich verarschen? Was ist denn da los hier? Warum kriege ich immer so einen beschissenen Netzboden? Da ist der Tropster schon gelutscht. Hey, lauf. Was ist mit dir? Er hängt im Gebüsch, Alter. Ich kann hier nicht weg. Ach, lauf doch nur. Alter, leck mich am Arsch, Reshalla und seine Mistbande. Oh, ey. Und du kannst nicht springen. Ich hing in dem Gebüsch, Alter. Und du kannst ja nicht mehr springen, wenn du in dem Gebüsch stehst. Alter, leck mich am Arsch, Alter. Oh, Junge, 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 Junge. Puh. Ich dachte, der legt mich um. Er hat einiges geschluckt, Junge. Ja, PP-Munition. Grofobi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Jetzt kann ich hier die ganze Knifte wieder vollstopfen. Es stimmt nicht mehr viel drin. Alter, 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 alter. Aber da haben wir halt noch mal Glück gehabt, man. Ich dachte, die Garz schießen mich jetzt in Stücke dort. Grofobi, es ist der Wahnsinn. Knallt mir jetzt auch einer dort meines Gefs weg. Ist das eine Frage oder eine Aussage? Grofobi... ... ... Das war's. Da hab ich doch der Schaller plattgemacht. Also, so ein Ass hier. Lächeln! Wechsler Alter Was war hier los Ich bin völlig fertig Ich bin völlig fertig Ich Ich bin sowas von im Arsch jetzt Alter Rechala Ich brauche diese scheiß Pistole Alter Alter Später leckt mich im Arsch Alter Was für ein Gefecht Das ist Sie ist die Anmut selbst Und ihr Charme ist von einer Herzlichkeit Die ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe Danke Thomas Ich muss nochmal gucken Vieles Gefs Sie ist die Anmut selbst Die Charme ist von einer Herzlichkeit Die ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe Danke Sveni Ich bin jetzt schon so fertig Ich mag mir selber zu tun Irgendwie Dass ich heute noch über die Runden komme Ich spawne runter und gehe dann unten Lass uns hier gleich oben mal spawnen So hier Ey Ich spawne das Was Ich würde hier runter Ja lass uns doch mal hier Ja lass uns doch mal erstmal hier unten Ja ich hab noch keinen Rucksack Ich gehe hier runter los Ich muss Ich hab eine Mission So das ist doch blöd Ihr könnt looten Ich bin hier unten Wo unten bist du? Ich bin im Bunker Was soll ich da mit euch jetzt ohne Rucksack rumrennen? Das ist nicht meine Mission Ist du drinnen oder? Ja ja das bin ich Vielleicht bin ich auch gleich wieder draußen Bloß ich will jetzt Dann kommen wir zu dir Okay dann gehen wir runter ne Die blöden Raider da unten mal In Angriff nehmen Gehst du in diese von uns aus gesehen Erste Häuschen rein? Wart du? In was für ein Häuschen? Mit dem seitlichen Mauerdurchbruch Ja Oder aus dem Keller ne? Also kommt ihr oben durch den Dom? Kommt ihr runter da? Durch die Kuppel? Ne wir sind Achso Was war das rechts? War das Matze? Ne ich bin schon unten im Keller Hier klappert was rum hier unten Wir sind auf der Spur Wir sind schon Achso bist du bei Beim Market Road? Hat sie schon unten im Keller? Wir sind schon Wir sind schon zwei Typen unten Oh hier war Hier war schon Kommt ihr von rechts? Oh Witz Achso scheiße Dann warst du das Sorry Ach man Ja ich wusste ja nicht Dass du das bist Ja ich auch Scheiße Das hat man davon Wenn man sich trennt Das ist Es gab eine Mission Eine klare Mission Runter in den Drecksbunker Und da wird nicht Weggerannt In eine Kuppel Sonst hätte ich Einen Rucksack mitgenommen Ich habe gesagt Ich nehme keinen Rucksack mit Ich will runter Diese Mistmission fertig machen So Und dann eiern wir oben Erstmal rum Und diskutieren Ewig Das ist Muss jetzt mal gesagt werden Da kriege ich schon wieder Schlechte Laune Weil Entweder nimmt einer Das Kommando Oder wir lassen es sein Wir rennen alle Wie die aufgescheuchten Hühner rum Und die Mission Hieß von Anfang an Runder in den Bunker Die Räder schießen So Und dann rennt man runter So schnell wie möglich Damit man eventuell Der Erste ist Oder in der Gruppe Eventuell dann Die Gegner weg macht Die schon da sind Mit Globen Sonst Brauchen wir Vorher gar nicht Besprechen Was wir machen Dann rüstet sich jeder aus Wie er will Dann würfeln wir Wo wir hin wollen Auf welche Map Und dann Nach hinein Wenn dann wirklich Wann willst du Runder so Warte mal Jetzt hast du die Räder Schon alle erschossen Hast du die schon Die Mission Ne hab ich nicht Na siehste Du bist Level 39 Diese Mission ist so kacke Weil jeder die Räder will Die sitzen dann da unten Fressen Haben sich festgebissen Und dann willst du rein Das heißt Entweder bist du der Erste Und killst die dort unten Oder du kannst es gleich vergessen Erstmal drei Minuten irgendwo sitzen Und warten Ich weiß was du meinst Das bringt nichts Ja gut aber dann hast Ja aber dann hast Läufst du natürlich dann auch Gefahr Dass du dann Gekountert wirst So wie eben Ja ich hatte ja Ein Mate erschossen Ja ja Das ist ja klar Das war Das ist Unabhängig Generell Und das wäre nicht passiert Wenn wir zusammengeblieben wären Entweder Für mich ist Gibt es nur Entweder gehe ich rein Zum Looten Oder zum Questen Wenn ich Eine Quest habe Die ich machen möchte Ist das für mich Hat das Ding Priorität Und dann ist der Loot Mir scheißegal Ja ich weiß was du meinst Sorry dass Der Watz wieder schimpfen muss Aber es Ist halt so Weil Es hätte nicht Es war unnötig Habe ich dich denn jetzt erschossen Ich weiß gar nicht Ich habe es gar nicht mitbekommen Habe ich dich erschossen Warst du das Ja du hast mich erschossen Mit Flaschett Ich habe es in deinem String gesehen Dass du da an der Treppe hängst Und dann bist du da vorne Langgelaufen Da dachte ich mir Oh jetzt scheiße Ich dachte er wäre weiter Mit drin weißt Ich dachte das sind Die Gegner die auf ihn Also ich habe gedacht Das sind die Gegner Die auf ihn schießen Naja Ich weiß schon Das ist Das konntest du jetzt nicht Sehen Weil du ja nicht Ich dachte er ist schon da drin Und die Die pushen ihn quasi Also ich habe gedacht Ich habe auf euch gewartet Sozusagen Bevor ich runtergehe Dann habe ich noch nicht Sagt ich höre euch Von rechts laufen So und Ja wobei Das waren die Schuhe Die kamen auch von rechts Geht es nochmal rein Und macht was besser Das war es klar Bis zum nächsten Mal